Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael. Und heute gibt's von mir ein Video zu diesem Holyland Solidcom C1 Set. Das Set wurde mir von Holyland kostenlos für das Review zur Verfügung gestellt, ich werde dafür aber nicht bezahlt und darf meine Meinung wie immer frei äußern. Das Holyland Solidcom C1 ist ein Full-Duplex-Drahtlos-Intercom-System, mit dem bis zu vier Nutzer eine bidirektionale Kommunikation ohne zusätzliche Basisstationen halten können. Ich habe hier das Vierer Set bestehend aus einem Master- und drei Slave-Headsets. Ihr könnt das Ganze noch erweitern auf bis zu sechs Headsets ohne Basisstation. Wenn ihr Basisstationen benutzt, könnt ihr das Ganze noch weiter ausbauen und noch sehr viel mehr Headsets benutzen. Das Set eignet sich also zum Beispiel sehr gut für Produktionsteams, aber auch wenn ihr Drohnen fliegt und zum Beispiel ein Auto filmen wollt und jemand im Auto sitzt, ihr den filmen wollt, dann habt ihr als Pilot vielleicht ein Headset auf und der im Auto hat eins auf. Und dann könnt ihr das Ganze schön filmen und dem immer Anweisungen geben, was er denn so machen soll. Natürlich könnt ihr das auch während dem Autofahren in der Kolonne nutzen. Wenn ihr zum Beispiel eine schöne Ausfahrt in die Alpen macht oder sowas, dann kann sich da jeder ein Headset aufsetzen und ihr habt immer guten Kontakt. Die Reichweite ist da auf jeden Fall groß genug, um eine gute Kolonne auszufüllen mit mehreren Autos. Auch wenn ihr zum Beispiel mit mehreren Personen eine Hochzeit filmt oder fotografiert, ist es ja immer gut, sich ein bisschen abzusprechen. Da ist das Headset bzw. das komplette Set natürlich auch von Vorteil, weil ihr eben über weite Distanzen euch immer gut absprechen könnt. Es ist also für jeden, der sich über weite Distanzen absprechen muss, schon eine recht gute Investition. Kommen wir einmal zum Lieferumfang, was ihr mit dem kompletten Set so erhaltet. Im Vierer-Set... Oh, Milli, echt. Der Lieferumfang vom Vierer-Set, welches ich jetzt bekommen habe, setzt sich so zusammen. Ihr bekommt einmal das Holyland Solid Com C1 Master Headset und drei weitere Holyland Solid Com C1 Slave Headsets. Dazu bekommt ihr eine Ladestation für das gleichzeitig geladen von acht Akkus. Die acht Akkus sind natürlich auch im Lieferumfang enthalten. Natürlich bekommt ihr auch das passende Kabel zur Ladestation. Das Kabel wird mit einem Gewinde an der Station angeschraubt, sodass es nicht aus Versehen ausgesteckt werden kann. Dazu bekommt ihr noch vier on-ear Schaumstoffpolster, welche ihr einfach direkt auswechseln könnt. Und vier over-ear Lederpolster. Die Lederpolster sind mit einem Drehverschluss wechselbar. Dazu bekommt ihr auch nochmal viermal den Mikrofon Windschutz als Ersatz. Also es sind schon vier montiert und vier bekommt ihr nochmal extra. Dazu bekommt ihr noch ein USB Typ A auf Typ C Kabel für Firmware-Updates und diese schöne große Transportbox, wo ihr alles schön reinpacken könnt, damit ihr das Ganze auch sauber transportieren könnt. Ein paar Aufkleber sind auch noch im Lieferumfang, sodass ihr die Headsets passend beschriften könnt. Dann kommen wir doch mal ein bisschen zur Technik. Verbaut ist ein 150 Hz bis 7 kHz Richtmikrofon. Übertragen wird das Ganze über die DECT 6.0 Plattform und bietet eine sehr geringe Verzögerung von weniger als 35 Millisekunden. Und die sehr geringe Verzögerung ist wirklich sehr gut. Das ist das Erste, was man direkt merkt. Auch wenn man am Anfang vielleicht nebeneinander steht, da ist eigentlich fast keine Verzögerung vorhanden. Das ist also wirklich sehr gut. Mit den Headsets bekommt ihr eine richtig gute Sprachqualität. Ihr kommt da wirklich sehr klar und sauber rüber. Ihr habt gar keine Störgeräusche. Das Ganze funktioniert auch in lauter Umgebung sehr gut. Also ich habe es ein bisschen getestet. Die Umgebungsgeräusche werden durch das, dass das Mikrofon eben so nah an eurem Mund ist, eigentlich nicht aufgenommen. Auch Windgeräusche konnte ich bei meinem Test zum Beispiel der Reichweite auf dem Feld, da war es ein bisschen windig oder relativ gut windig sogar, da konnte ich wirklich gar nichts feststellen. Die werden also wirklich sehr gut rausgefiltert. Auch auf lange Entfernungen, also schon an der Grenze zur Reichweite, habt ihr immer noch eine richtig gute Sprachqualität. Die ist eigentlich immer auf demselben Niveau sehr gut und liegt meiner Meinung nach deutlich über zum Beispiel aktuellen Smartphones. So ein Headset wiegt mit dem eingebrachten Akku, der befindet sich hier drin, circa 170 Gramm und ist eigentlich wirklich sehr bequem zu tragen. Ihr habt hier so ein kleines Polsterchen, was dann hier anliegt. Und wie ihr seht, kann man das Ganze auch mit einem Hut tragen. Ihr könnt es dann hier einfach umklappen und auch bei längerer Tragezeit konnte ich jetzt kein Drücken oder sowas feststellen. Also das ist auch so sehr sauber verbaut. Klar, es ist hier wahrscheinlich Plastik, ist hier aber alles sehr gut verschraubt und so weiter. Hat keine scharfen Kanten und so, also macht qualitativ auch wirklich einen guten Eindruck. Auch die Verstellung ist soweit in Ordnung. Ihr könnt auf jeder Seite das Polster bzw. den Lautsprecher mit dem Mikrofon sehr gut verstellen. Und ihr könnt das Ganze natürlich mit dem Mikrofon auf der rechten oder auf der linken Seite tragen. Das lässt sich in beide Richtungen verstellen. Da habt ihr also alle Möglichkeiten, um das Ganze an euren Kopf passend anzupassen. Der An-Aus-Schalter befindet sich hier unten. Das ist einfach ein kleiner Schalter, den ihr umlegen müsst. Und das Teil ist dann eigentlich sofort einsatzbereit und ist auch innerhalb von einer Sekunde oder sowas zu allen verbunden. Das geht also sehr zügig. An der Seite habt ihr dann noch die Auswahl für einen A- oder B-Kanal und gut erreichbare Knöpfe in verschiedener Größe für die Lautstärke. Das heißt, ihr müsst da nicht hingucken. Ihr könnt das Ganze ertasten und könnt somit das Ganze laut oder leise stellen. Das funktioniert auch sehr gut. Die Lautstärkeregelung ist da wirklich in einem Bereich, der auch sehr gut passt, damit man auch in lauter Umgebung noch alles verstehen kann. Eine LED-Mikrofon zeigt euch dann auch noch den Status vom Headset an. Die leuchtet dauerhaft grün, dann ist alles in Ordnung. Rot blinken zeigt einen niedrigen Akkustand an und wenn es grün blinkt, dann hat das Headset einfach keine Verbindung und muss erst noch verbunden werden. Wenn ihr das Ganze benutzt, dann habt ihr auch noch eine automatische Mikrofonabschaltung. Das heißt, wenn ihr das Headset hier vorne ganz normal benutzt, dann ist es eingeschaltet und das Mikrofon ist eingeschaltet. Und sobald ihr das Mikrofon hier hochklappt, mutet sich das Mikrofon. Das heißt, euer Ton wird nicht mehr übertragen. Das ist ziemlich gut, weil man muss nicht umständlich irgendwelche Knöpfe suchen oder so, sondern kann einfach nur was sagen, wieder hochklappen und so weiter. Das funktioniert sehr gut, natürlich auch in beide Richtungen. Also das haben sie schon ganz gut gemacht. Dann kommen wir mal zur Akkulaufzeit. Die ist auch sehr gut. Das Master Headset, welches ihr durch die rote Markierung hier erkennt. Die anderen haben eine blaue Markierung. Das Master Headset hat eine Laufzeit von circa 6 Stunden, wenn drei Slave-Headsets verbunden sind. Jedes Slave-Headset bietet euch circa 10 Stunden Akkulaufzeit, bis ihr dann mal den Akku, der 700 mAh hat, ersetzen müsst. Wenn ihr den Akku dann laden müsst, müsst ihr so mit circa zweieinhalb Stunden Ladedauer rechnen. Da ihr aber acht Akkus im Lieferumfang habt mit dem 8er Ladegerät zusammen, reicht euch das eigentlich für den ganzen Tag. Wie schon gesagt, könnt ihr das Ganze erweitern auf bis zu sechs Headsets, die miteinander kommunizieren. Ihr braucht da also dann keine Basis dafür. Die Reichweite ist mit 350 Metern im freien Feld angegeben. Ich habe das Ganze mal mit meiner Bianca getestet, bin aufs Feld und losgelaufen und habe da echt erst bei, ich glaube, 461 Metern leichte Ausfälle bzw. Störungen in der Kommunikation gehabt. Das heißt, es waren leichte, kurze Unterbrechungen, man hat sich aber ohne Probleme noch verständigen können. Ich hätte da wahrscheinlich noch ein gutes Stück weiterlaufen können, bis die Verbindung überhaupt mal komplett abgebrochen wäre. Also das liegt wirklich deutlich über den 350 Metern, die angegeben sind. Und wie gesagt, selbst an der Grenze der Reichweite war die Übertragungsqualität noch sehr, sehr gut. Die hat er eigentlich gar nicht abgenommen. Auch hier im Haus habe ich das Ganze mal über mehrere Stockwerke getestet und konnte da überhaupt gar keine Probleme feststellen. Die Übertragung selber ist also wirklich sehr, sehr gut. Die ganze Reichweite ist ja auch noch als Radius angegeben. Das heißt, der Radius ist einfach um das Master Headset rumgesehen, weil das so gesehen die Basis darstellt. Das heißt, es könnte sich theoretisch jemand 300-400 Meter in die eine Richtung bewegen und der andere 300-400 Meter in die andere Richtung. Solange der Master immer noch in der Mitte bleibt, ist da die Kommunikation auch immer noch 1A. Wie ihr euch also schon denken könnt, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem System. Den einzigen wirklichen Nachteil, den ich feststellen konnte, der befindet sich im Mikrofon und zwar eben die Status-LED. Die lässt sich nämlich meines Wissens nach nicht ausschalten. Jetzt blinkt sie gerade grün, weil eben die Verbindung zum Master nicht hergestellt ist. Ihr habt das Ganze halt immer so ein bisschen in eurem Blickfeld. Das heißt, wenn es irgendwo mal dunkel ist, dann seht ihr es hier unten immer ein bisschen grün schimmern. Das ist nicht so schlimm, aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn man das Ganze noch ausschalten könnte. Aber das ist meiner Meinung nach auch schon ein Jammern auf hohem Niveau. Ansonsten macht das Set wirklich sehr viel richtig. Das sollte es natürlich aber auch, weil es eben doch 1000 Euro und höher kostet für das Vierer-Set. Das Sechser-Set liegt dann schon ein gutes Stück nochmal drüber. Der Preis ist also nicht so günstig. Dafür bekommt ihr ein wirklich sehr gut funktionierendes Set mit einer richtig guten Reichweite. Dann war es das jetzt auch schon von mir. Wenn ihr euch das Ganze mal angucken wollt, dann packe ich euch einen Link in die Beschreibung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst mir doch einfach ein Like da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.